Willkommen zurück in der Bruchbude von Silent Hill 4 The Room. Yippie, yay! Wir sind wieder da und es ist immer noch alles total kaputt und zerstört hier. Ventilator ist auf dem Boden und alles ist total... ...rotz hier. Und wir wissen nicht warum. Oh, das ging jetzt aber schnell zurück. Wollte ich gar nicht. Ist hier irgendwas beim Radio? Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht die Bücher. Nein, nicht die Bücher. Ich wollte das Radio. Nichts los. Alles klar. Sollte ich jetzt die... Oh, meine Katze dreht im Hintergrund wieder voll durch. Ähm, wollte ich noch was wegpacken oder wollte ich noch was nehmen? Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich habe immer noch kein Feuerzeug. Ja, kleiner Schlüssel. Kleiner normaler Schlüssel, der im roten Umschlag gefunden wurde. Wofür war der jetzt nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Bin in einer neuen Aufnahme. Ich hoffe, zwei Plätze reichen. Ich hoffe, zwei Plätze reichen. Wir gehen mal rüber zu Aileen wieder. Ich hoffe, die ist jetzt noch da. Muni! Muni wollte ich haben. Scheiße, Muni. Jetzt fällt es mir wieder ein. Menno. Aileen? Uh-oh. Oh, Henry. Oh. Have you been here the whole time? Yeah. And I didn't see any hole either. You just disappeared all of a sudden. I can't stay here by myself. I'll be cursed. You know it. What am I going to do? I might know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? Um, yeah. Um, yeah. He was the guy who lived in your apartment before you. I think he was a journalist or something. He disappeared about six months before you moved in. But toward the end, he started acting really weird. Yeah, he was doing an investigation about a religious cult and a man named Walter Sullivan. I got this letter from him. He told me to go down. Down into the deepest part of him. And to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Okay. I'll do it. You're the only chance I've got. I'll stick with you. Oh, sie tut mir aber irgendwie voll leid, dass sie hier voll angeschlagen jetzt mit ihm da rum eiern muss. Und ich habe nur noch sechs Schuss. Das ist nicht viel. Ich hole mir mal eben neue Muni von drüben, weil ich nicht weiß, was hier jetzt auf uns zukommt. Und wenn jetzt mehrere von diesen Großen kommen, voll blöd für sie. Er steigt jetzt ins Loch und sie muss immer da stehen bleiben und denkt sich auch wahrscheinlich, ja, tschüss. Wo auch immer du hin bist. So. Ich hoffe, hier passiert jetzt nichts Schlimmes, weil die Sequenz war scheiße. Was ist jetzt hier? Oh nein. What? What? Ich bekomme ein ganz schlechtes Gefühl. Geister. Geister, Geister, Geister. Nein. Ich brauche... Oh, oh. Ich darf also nicht dahin gehen, wo die Fenster jetzt klappern. Ach du Scheißenkleister. Das ist natürlich... Das ist natürlich blöd. Ich wusste es echt. Nicht dahin gehen. Da sind seit Neuestem Geister. Jetzt kommen sie ins Apartment. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Okay. Weg aus dem Apartment. Ich glaube, da sind wir langsam nicht mehr sicher, wie es aussieht. So, da ist sie wieder und wir wollen raus hier. Und du rüstest dich mal aus direkt. So, wir wollen zu diesem Fahrstuhl-Ding. Oder wo wollen wir hin? Lass ich mal gucken. Äh, da war doch abgeschlossen. Aber das war... Wir können natürlich... Warte mal. Ich probiere mal hier raus, aber ich glaube nicht, dass es geht. Kaputt. Ach so, es geht eh nicht. Entschuldigung. Wir müssen jetzt halt voll auf sie aufpassen und das ist natürlich voll ätzend. Es macht gar keinen Spaß, auf jemanden aufpassen zu müssen. Aber wir gehen jetzt mal hier durch. Und war klar, dass es hier natürlich geht. Der Schlüssel ist weg. Was ist hier? Warum guckt sie da so hin? Oh oh. Oh oh oh. Okay, ist hier oben noch was? Nein, okay. Ich gehe mal runter zu denen. Boah, das sind voll viele. Rauf. Shit. Komm. Oh, das war so klar. Die fallen jetzt da unten runter? Was soll denn der Blödsinn? Nein. Aileen. Aileen, komm. Aileen, komm. Aileen, komm. Aileen, komm. Äh. Ja, nun stirb. Oh, jetzt fallen die da dumm runter. Das ist ja richtig bescheuert. Ganz ehrlich. Und dann rülpsen die dabei so. Ja, ist klar. Komm, lass ich dich mal platt treten. Wie Panne. Und fallen da erstmal runter. Was steht hier? Immer weiter hinunter. Okay. Wie? Hör auf zu leben. Hör auf zu leben. Oh, oh. Oh, oh. Mann, meine Muni war jetzt aber echt schnell weg. Ich lasse mal lieber die Axt in der Hand. Weil das war jetzt echt ein ganzes Magazin mal eben weggeballert. Und hier rechts sind Leichen. Ich gehe lieber nicht so schnell, damit sie hinterherkommt. War hier was? Ne. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Karte. Okay. Wir gehen weiter runter. Das erinnert mich ans Wassergefängnis. War hier was? Arme Aileen. Ich weiß gar nicht, ob wir Game Over sind, wenn Aileen zu viel abkriegt. Also ich glaube schon, dass die dann stirbt und dann... Und hier ist wieder ein Loch. Okay. Möchte ich das nicht. Ich lasse es mal. Ich weiß es nicht. Aber wenn man hier speichern soll... Entschuldigung. Dann mache ich das mal lieber. Ja. Ist zwar blöd, aber ich weiß jetzt echt nicht, was kommt. Aber ich habe auch Angst vor den Geistern jetzt im Apartment. Ich glaube, das ist echt nicht lustig. Ist denn hier alles in Ordnung jetzt eigentlich? Irgendwann wachen wir bestimmt hier auf und dann geht es hier auch los. Oh, ich habe Angst. Da sind Geister. Was tickt hier? Das Ding hier? Ist hier irgendwo so eine Uhr? So eine Eieruhr? Oder ist es die Uhr hier? Die große? Die große? Oh, die spielt richtig verrückt jetzt seit neuestem. Alles klar. Okay. Kann ich dann überhaupt noch in Ruhe speichern? Oder geht das jetzt auch nicht mehr? Und wenn ich gar keine Pistolenmonie habe, dann kann ich ja vorsichtshalber mal das nehmen. Den Revolver. Und dann packe ich die mal weg. Nahkampfwaffe geht ja noch mit der Axt. Die hält ja noch was aus. Den Rest lasse ich mal so. Scheiße. Okay, hier passiert mir nichts. So, dann speichere ich mal hier. Alles klar. Gar nicht gruselig. Aber kann er was zu der Uhr mal sagen? Nee, er sagt dann nix. Das ist auch zu gefährlich für uns. Dann gehe ich jetzt hier mal schnell weg. Und wieder zurück zu Aileen. So, wieder zurück bei Aileen. Oh, ich habe gerade Schiss gehabt durch die Kameraperspektive. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, sie kommt hinterher. Was war hier? Hast du da irgendwie reingeguckt? Nee. Da war wieder das Silent Hill Symbol, was wir hier jetzt auch gerade gesehen haben. Aber da an der Tür. Wie in Silent Hill 3 eigentlich. Ja. Was ist hier los? Was ist hier? Nichts? Reden die eigentlich miteinander? Oder? Nee, er kann sie nur wegschubsen. Was liegt hier auf dem Boden? Nix. Aber hier ist was. Noch so eine Kerze. Nee, die will ich eigentlich nicht. Und diese kleinen roten Punkte, die sind nix hier auf dem Boden? Ja, gut. Dann nehmen wir die mal mit. Wir haben ja den Platz. Hm. Und sonst nischt? Gut. Sie ist jetzt nicht mehr verschlossen. Die Tür ist fest, so lässt sich keinen Spalt öffnen. Achso, dann geht also nur die eine. Und sonst ist hier nischte. Okay, aber ich habe immer noch... Seit wann redest du mit mir? So, dann wollen wir mal. Was? Oh, nö, nicht so ein Affe. Nö. Komm mal her, du. Komm her. Oh, ich hasse die so. Ey, die nerven mich. Und zwar richtig. Aileen, geh da weg. Oh, komm her jetzt. Die weichen immer so aus. Hast du das? Da sind aber noch mehr. Ja, hi. Wie viele sind denn hier? Oh, nee, du, ne? Nee. Oh, wir können jetzt hier wieder gucken. Hm, ja. Moment mal. Wenn ich jetzt... Ich kann ja gar nix erkennen, ganz ehrlich. Ich muss mal hier umgucken. Kannst du hier irgendwie... Außer die Tür war da noch was? Nee, die war zu. Okay. Komm mal. Soll ich die beiden denn auf einmal hinkriegen? Ohne, dass sie ihr wehtun. Komm mal rein hier. Ja. Komm mal her. Ja, ja, komm mal her, du. Das ist eine gute Idee. Hahaha. Immer... Immer her mit euch. Einen nach dem anderen. Finde ich super. So, jetzt kommst du. Vogel. Wo bist du? Komm her. Jawoll. Jawoll. Aber so langsam wird es... Äh... Läuft es darauf hinaus. Dass wir die ganzen Gesundheitsstrings brauchen werden, glaube ich. Also... Warum sind wir jetzt hier eigentlich wieder... Das sieht aus wie die U-Bahn-Welt, wo wir jetzt hier wieder sind. Sind wir in der U-Bahn-Welt? Ach, dann kann man hier rüber zu der anderen U-Bahn... Alles klar. Mhm. Das erinnert mich auch irgendwie an Sightl 3. U-Bahn und so auch. Aber hatten wir ja hier auch schon. Hier ist jetzt die Treppe. Damals gab es ja hier auch noch Türen. Entschuldigung, jetzt muss ich mal wieder meine Katze anbrüllen. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Die ist voll... Das ist seltsam. Eine Sackgasse. Ähm... Die ist so gewieft, dass die halt die größte Kacke... Und mit Kacke meine ich, dass sie wirklich irgendwo hinmacht. Immer dann macht, wenn ich aufnehme. Entschuldigung, Aileen. Dann müssen wir da hinten lang. Und das soll sie halt nicht. Und das nervt mich voll, dass ich sie so im Blick immer haben muss, wenn ich aufnehme. Was das soll, weiß ich nicht. So ein Aufmerksamkeitsding oder so. So, ich darf also nicht zu schnell gehen. Das heißt, ich darf nicht laufen. Hier ist jetzt auch irgendwie nix. Da sind die Toiletten. Vielleicht da nochmal rein? Hier waren wir damals ja auch. Oh oh. Oh, hier sind aber viele Matschipatschis. Matschi, Matschi. Matschi, Matschi, Matschi. Bis sie alle zermatscht sind. Alle. Ich will sie alle. Alle. Auch den letzten Wurm. So. Hier war nämlich mal... Möchten sie das Loch betreten? Ach, das geht noch. Hier kann man noch durch das Loch durch. Aha. Weil das war ja auch mal anders. Ich glaube nicht, dass da jemand drin ist. Ja, es kommen ja nur Geräusche, wenn wir hier rausgehen. Und das ist bestimmt die arme Cynthia. Die tot ist. Das war voll traurig. Mit der waren wir damals hier. Und jetzt sind wir mit Aileen hier. Ich will nicht erschreckt werden. Ich will nicht erschreckt werden. Sieht so aus, als wäre niemand dran. Ich will nicht erschreckt werden. Sieht so aus, als wäre niemand dran. Nährstoffdrink. Wo kommt der denn her? Brauche ich jetzt nicht benutzen. Okay. Na, Aileen? Du und ich. Auf Klo. Hm? Kleine Maus. Nicht? Okay. Okay. Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, dann nicht. Okay. Gut. Dann, ähm... Was kommt denn jetzt hier? Ein Drache? Oder warum... Muss ich Angst haben? Wo wollen wir denn jetzt hin? Sind das die Haare von dem The Ring-Mädchen? Kommt das jetzt vielleicht? Oh nein, es kommt wirklich ein The Ring-Mädchen. Scheiße. Oh nein, es kommt wirklich ein Thema. Ich... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aileen, komm. Aileen, komm. Komm, Aileen, komm. Komm weg von dem The Ring-Ding. Scheiße. Scheiße. Nein. Warum ist das hier so blutig? Es ist kein U-Bahn-Personal. Natürlich ist hier kein U-Bahn-Personal. Scheiße, 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 Scheiße. Eine Art Stationsführer. Lilly, mach keinen Scheiß da hinten. Mann, äh... Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Entschuldigung. Lilly, mach keinen Blutzeln. Okay, sie legt sich nur hin. Das ist okay. Hinlegen ist okay. Pinkeln ist nicht okay. Ah, wo... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich hier durch? Kann ich... Wo... Wo muss ich denn lang? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wo lang, wo lang, wo lang? Wo lang? Äh, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ähm... Können wir mit dem... Mit dem Office irgendwas machen? Oder da vorne durch die... Rechts durch die Tür, die verschlossen ist? Geht das? Wenn ich jetzt hier weiter geradeaus renne und rechts... Pass mal auf hier. Komm mal her. Aha. Okay, hier sind wir also noch nicht gewesen. Okay, hier sind wir noch nicht gewesen. So, hier volle... Konzentration. Hier, ich werde ja... Ich muss ja hier nur kämpfen, um dich zu retten. Und du, äh... Schnüddel mich hier nicht... Äh, mehr kann ich nicht tragen. Scheiße. Kann ich, ähm... Komm mal, ich kann doch mal was nehmen jetzt hier. Komm, das verbrauchen wir doch mal. Du sollst es verbrauchen. So. So, dann nimmst du das. Das ist ja okay so. Nicht draufhauen auf den Dring. Du sollst ihn nehmen. So. Jawoll. Fest zu. Okay. Hier können wir nicht durch. Monster sind passiert. Was ist mit dem ekligen Boom? Draufhauen. Draufhauen. Geht der dann weg? Guck mal, der geht da... Geht der dann weg? Das ist voll eklig. Und ich weiß nicht, warum ich das... Muss ich das machen? Muss ich das nicht machen? Was ist hier oben? Schon wieder so eine Kerze. Auf diesem Weg sollte ich die Straße erreichen, aber es ist eine Sackgasse. Ja, das ist toll. Ganz toll. Und was ist hier? Kann ich mehr tragen. Das ist doch wieder so eine komische Kerze, ne? Was sollen wir mit den Kerzen... Oder habe ich ein Feuerzeug und weiß es schon wieder nicht mehr? Dann gehen wir mal hier vorbei. Gucken, wo wir dann hinkommen. Toll, hier können wir auch nicht durch. Ist ja blöd. Also ist da zu und da ist zu. Wo soll ich denn dann hin? Das ist ja doof. Ja, das dreht sich sogar dazu. Wenn ich da lange genug drauf klopfe. Mit einem Sch... Megaschlag. Oh, jetzt habe ich ihr wehgetan. Entschuldigung, Aileen. Hast mal eben meine Axt an den Kopf gekriegt. Entschuldigung. Was gibt es denn hier noch? Hier muss es doch noch was geben. Da ging aber auch nicht. Es muss woanders einen Weg geben. Ähm... Ja, da ganz oben rechts halt, ne? So, hm. Und da gibt es auch noch... Was mache ich denn mal? Aileen, kommst du? Aileen? 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 Aileen, wo bist du? Aileen? Wo bist du denn? Komm mal mit jetzt. Komm, wir müssen wieder zurück. Nein, 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 nein. Das ist der Eingang zur Linie sieht so aus, als hätte Cynthia hier einige ihrer Sachen fallen lassen. Hier ist eine Zeitkarte. Nimm die Zeitkarte. Nimm die Zeitkarte. Nimm doch die Zeitkarte. Geht das nicht? Kannst du die nicht nehmen? Ist der Ausgang? Wo sollen wir denn hin? Können wir hier irgendwie... Ausgang? Eingang. Ah, hier Münze. Bin sicher, dass ich eine... Warte mal. Ich könnte gehen, wenn ich eine Münze der Linie Lynch Street hätte. Ich bin sicher, dass ich eine habe. Muss ich dann erstmal zurück zum Loch? Oder was? Lass mich in Ruhe, du... The Ring-Fee. Grudge-Ding. Geh doch. Blöder Geist. So. Ich muss hier irgendwas... Aileen? Mach keinen Scheiß. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ich muss mich umdrehen und da hinten durch. Äh, ich komme hier aber nicht. Ich muss auf die andere Seite. Komm mal, lass mich mal vorbei hier. So. Lass mich, lass mich, lass mich. Aileen, komm. Kommst du? Aileen? Ey, ich habe kein... Komm jetzt. Ist sie da? Jawohl. Affe! Wo bist du? Wo bist du da? Wo kommen jetzt hier die Affen her? Warum? Ich muss mal hier durch. Ich muss zurück ins Loch. Warum? Warum? Warum muss ich die jetzt alle nochmal machen? Verflucht. Das ist doch voll ätzend. Blöden Würmer. Was wollt ihr hier eigentlich? Ihr kommt. Seid doch nur hier, weil ich hier durch will. Aileen, bist du eigentlich hier jetzt? Oh Gott, Entschuldigung. Aileen, alles klar. Ich bin gleich wieder bei dir, Schatzi, Schnucki. Ich muss nur speichern. Und einen Cut machen. Oh Gott, oh Gott. Und schon wieder im Apartment zurück. Es dürfte jetzt aber eigentlich nichts Neues sein. Glaube ich. Hoffentlich. Hallo? Ja, die Uhr. Die Geisterfenster. Und alles immer noch total... Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Was ist hier los? Was ist hier los? Was sind das für Zettel? Was ist hier auf der anderen Türseite? Warum habe ich hier Zettel? Warum? Also, ich bin zurückgegangen. Ich wollte eigentlich nur nach einer Münze gucken. Aber anscheinend werden wir das mal im nächsten Part machen. Zettel angucken. Münze suchen. Wuh, 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 wuh. Speichern. Ich wollte eigentlich nur speichern. Okay. Okay. Alles gut, alles gut. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ne? Ne? Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.